Wer soll in Zukunft für die Renten aufkommen? Wer zahlt denn Ihre stattlichen Pensionen? Auch Ihre, Herr Rohfeiter, die Schreihals. Ihre eingewanderten Goldstücke etwa, das glauben Sie doch wohl nicht im Ernst. Die Bürger scheinen Ihnen vollkommen egal zu sein. Sie wollen sich darauf beschränken, den Niedergang unseres Landes zu verwalten. Ja, teilweise hat man den Eindruck, ihn sogar zu befeuern. Aber das wird wohl Ihrem Wertekanon entsprechen. Wenn eine Bundestagsvizepräsidentin hinter einem Transparent herrennt, Deutschland, du miese Stück Scheiße, und alle das hier mittragen, indem sie zur Bundestagsvizepräsidentin gewählt wird, wie Claudia Roth, dann muss man sich über nichts mehr wundern, hier in diesem wohnen Haus. Und die AfD tritt hingegen für Verantwortung, Gerechtigkeit und für eine lebenswerte Zukunft ein. Deshalb fordern wir erstens ein Schonungslohn.